Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Oh, Old Man! Mit welchen Kräften, mein Führer? Oh, Old Man! Sie warten! Sie warten! Sie sind in der Welt, Sie sind in der Schleifze! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Wie lange können Sie noch halten? Oh, Old Man! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie ver- Ich will, dass Göring sofort entbachtet wird und alle Mütter aufgibt. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen, kaum Kamerag um ein Mädchen, kaum Kamerag um. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen, eiskalt niedergeschlagen. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kaum Kamerag um, ein Mädchen kaum Kamerag um. Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retschern ein. Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Stadtkampf! Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeugbericht! Ich werde das! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein!